Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World hier heute wieder aus dem Klemmbaustein Wohnzimmer. Heute habe ich euch ein Set von Kobi rausgesucht und zwar eins von den neuen Flugzeugen. Im Jahr 2019 hat Kobi ja einen neuen Nummernkreis für seine Flugzeuge aufgemacht und zwar ist er jetzt mit 57 Beginn, vorher war 55 und das erste Flugzeug aus dieser Serie war hier die Junkers U-57G, der Panzerknacker mit den beiden großkalibrigen Kanonen vorne dran, um halt damit Panzer zu jagen. 29,99 hat das gute Stück damals gekostet und war Nachfolger von der 55, ich muss gerade schauen, 21 der Junkers U-57B, der sanktumwogenen Stukka. Hier haben wir sie stehen, hier haben wir die Panzerknacker stehen, freundliche Leihgaben von einem guten Kunden von mir und die ist leider damals ausgelaufen, war relativ schade, weil die sehr beliebt ist, die Stukka, also da gibt es viele Leute, die gerne bauen wollen und deswegen hat jetzt Kobi hier in dem neuen Flugzeugbereich hier die 57-05 rausgebracht. Das ist quasi die Wiederauflage von der hier. Die ist allerdings ein Stück teurer geworden. 29,99 war sie, als sie noch eine 5521 war, 315 Teile hatte sie damals, jetzt ist sie hier auf 370 Teile angewachsen, hat eine 57er Nummer bekommen, ist eine neue Bautechnik, die da verwendet worden ist und der Preis ist um 7 Euro angestiegen. 37,99, sogar 8 Euro, die es teuer geworden ist. Das für 65 Teile mehr, viele von uns haben ja gehofft, dass das dann schon eins von den Flugzeugen ist, die nur noch mit Druck sind, aber bei der Focke Wolf, die auch 6 Euro teurer geworden ist, sind wir auch schon enttäuscht worden. Die Curtis Warhawk, die neue, die ist dann endlich hier mit Pad Printed No Stickers, auch 26,99. Wobei die wieder im alten Bautechnik-Stil gebaut worden ist, also nicht mit den Rundungen vorn und ohne Noppen auf den Tragflächen. Naja, muss jeder für sich entscheiden, was er da besser findet. Auf alle Fälle hat Kobi ganz schön die Preise angezogen hier im Flugzeugbereich. Für die Drucke kann ich das verstehen, für die neuen Bautechniken mit ein paar mehr Teile. Da müssen wir einfach mal schauen, ob wir da Verständnis für haben können. Deswegen würde ich sagen, wir schauen uns das gute Stück jetzt mal an, schauen, wie es sich bauen lässt, schauen hinterher, was für Unterschiede wir hier zu der Vorgängerversion haben. Und dann können wir abschließend beurteilen, ist da was besser geworden, ist da was schlechter geworden oder werden wir einfach nur noch abgezockt. Also würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal an und bauen es. Ja, 370 Teile zu 315 Teilen beim Vorgänger, also 55 Teile mehr, dafür 8 Euro mehr, ist ein gesalzener Aufpreis. Bei den Minifiguren hat sich dankenswerterweise nichts geändert. Das war zum Beispiel bei der Panzerknacker hier anders. Die hatte auf einmal nur noch einen Piloten und keinen Gunner mehr hier hinten, der das Maschinengewehr bediente, was bei der normalen noch dabei war und sich eigentlich auch so gehört, weil die Ju 87 sind eigentlich immer zwei Personen Bomber gewesen oder zwei Personen Flugzeuge. Ist jetzt dankenswerterweise bei der hier wieder so, dass wir da halt zwei Mann Besatzung haben. Ja und hinten drauf haben wir dann nochmal wieder die Bilder mit ein paar Daten zu dem ganzen Flugzeug, wie es üblich ist. Hier eine Originalabbildung, wie sie war. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Kubi hier den Propeller unten am Hosenbein eingespart hat. Ja, hier sieht man ihn noch. Der Propeller, der war eigentlich dafür da, um dieses Geräusch anschalten zu können, was so typisch für die Stuka ist und was sie so legendär gemacht hat, den haben sie hier leider weggespart. Mal schauen, was sich sonst noch geändert hat. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt mal vorsichtig auf und gucken rein, was uns da erwartet. Wir haben hier zwei Luftwaffe-Pilots vom siebten Sturzkampfgeschwader 77 Balkans 1941. Ich muss sagen, rein optisch gefällt es mir gut hier mit der gelben Nase. Rote Nase. Weihnachten ist vorbei. Mit der gelben Nase und ich bin mal gespannt, wie sie sich bauen lässt. Auch auf die neue Bautechnik hier mit den Noppen auf den Flügeln bin ich gespannt. Ist ja so eine Sache, die die Leute so ein bisschen spaltet. Die einen sagen, das geht gar nicht. Ich möchte da keine Noppen. Andere sagen, endlich sehe ich wieder, dass es aus Klemmbaustein gebaut ist. Mir persönlich gefällt halt, dass sie jetzt die abgerundeten Flügel vorne hat, wo die ja hier bei den alten noch so kantig gerade waren. Schauen wir mal, was es sonst noch für Unterschiede gibt. Insgesamt haben wir 15 Tüten hier für dieses Bauset aus unserem Karton geschüttelt. Das ist mal eine Ansage. Also schon fast ein trauriger Tiefpunkt. Ja, ich weiß, dass das durchaus produktionstechnisch bedingt ist, aber da muss es irgendwie Möglichkeiten geben, das anders hinzukriegen. Zumal man, wenn es größere Tüten sind, die irgendwo für was anderes hinterher noch benutzen kann. Also ich zum Beispiel bei mir im Laden mache es bei größeren Tüten, dass ich die aufschneide und hinterher die einzelnen absortierten Steine da drinnen wieder verpacke. Dann haben die wenigstens noch mal einen Sinn, die Tüten. Aber mit diesen kleinen Fusseltüten, da kann man hier gar nichts mehr reißen. Und 15 Tüten, das ist ein Wort. Kommen wir zur Bauanleitung. Klassisch Klammer gebunden, wie wir sie halt von Kobi kennen. Hinten drauf haben wir hier die anderen Neuheiten. Ja, da haben wir dann hier die kommende Supermarine Spitfire, die 5708. Dann hier die 5709, die Hawker Hurricane. Und das sind beides welche, wie man hier sieht, mit Pad Printed No Stickers. Dann haben wir hier die Flying Fortress. Die ist schon raus, die ist schon verfügbar. Ja, und dann hier die Curtis Warhawk. Ja, die haben wir ja hier auch schon stehen. Auch alle, die wir da jetzt hinten drauf sehen, sind ohne Aufkleber. Da sehe ich die Preissteigerung dann auch durchaus ein. Ob hier die Preissteigerung gerechtfertigt ist, das muss das gute Stück erst noch erweisen. Ja, Bauanleitung ist insgesamt, was haben wir hier, 71 Bausteps lang. Von der Art her, wie wir sie halt kennen von Kobi. Das, was gebaut ist, wird in Grau dargestellt. Das, was wir neu bauen, ist in Farbig. Also da wird uns keine große Überraschung erwarten, wohingegen hier bei der Bautechnik schon das ein oder andere neu dabei sein dürfte. Ja, und da sieht man auch hier gerade in der Bauanleitung, aber das sehen wir hinterher beim Bauen selber auch nochmal, dass das mit den Noppen halt wirklich Bauart bedingt ist, wie es dann immer so schön heißt. Ja, ich würde mal sagen, wir werden jetzt hier unsere Tütchen auf unsere Tellerchen verteilen und dann einfach mal mit dem Bau beginnen, weil schön aussehen tut sie, wenn sie fertig ist. Hier haben wir sie wieder von meinem Kunden als freundliche Leihgabe und rein optisch finde ich sie Bombe. Wortspiel. So, die Tütchen sind auf die Tellerchen verteilt und bevor wir anfangen zu bauen, schauen wir uns hier gerade nochmal die Minifiguren an, die dabei liegen. Und die entsprechen im Großen und Ganzen denen, die wir auch schon in der 5521 mit drin hatten. Also da hat sich nichts dran geändert. Einzig bei dem hier ist der Druck nicht so hundertprozentig geworden. Man sieht das hier im Vergleich zu der Schwimmweste von ihm. Da ist die gelbe Farbe nicht so richtig auf dem Kunststoff angekommen. Ja, was aber auch auffällig ist, die Figuren sind auch noch die alten Figuren. Es gibt ja jetzt neue Figuren von Kobi, die sind zum Beispiel bei der Curtis Warhawk mit dabei. Die haben dann ein bisschen muskulöseren Oberkörper und ein Sixpack. Ja, und diese hier, die sind noch normal. Mehr so auch mit normalen Bäuchlein und so. Und die neuen haben auch noch ein bisschen anderes Gesicht bekommen, ein bisschen ausgeprägter Nase. Sie sehen nicht ganz so aus, als hätten sie hier mit dem Lattenzaun einen vor das Gesicht gekriegt. Also die sind ja so ein bisschen eingefallen hier von den Gesichtern. Die neuen haben ein bisschen schönere Gesichter gekriegt. Zeige ich euch bei Gelegenheit mal, dass ihr euch die mal angucken könnt. Jedenfalls die hier decken sich eigentlich mit dem, die wir in der alten Stuka auch schon mit drin hatten. Witzig ist übrigens, dass auf der Verpackung der neuen Stuka hier im Hintergrund die alte noch drauf ist, die 5521. Sieht man, wenn man genau hinguckt, auch mit den Aufklebern und dem ganzen Bau, wie sie ist, ist das die alte. Ja, ganz nettes Feature, so ein kleines Easter Egg quasi. So, würde ich sagen, fangen wir an zu bauen. Ich bin gespannt, wie sie sich bauen lässt, ob sie sich gut bauen lässt. Hier haben wir übrigens unseren Aufkleberbogen, über den ich mich ein bisschen ärgere, weil wir werden hinterher sehen, da sind ein paar Aufkleber bei. Die hätten sie wirklich ganz problemlos, also Drucke beipacken können, die wirklich nur auf einer einzigen Fliese oder sowas sind. Naja, vielleicht ändert sich das in nächster Zeit hier noch. Wir sind jetzt bei Bauschritt 10 und bis jetzt sieht es aus, als wenn wir einen Klingonenkreuzer bauen wollten. Ist eine interessante Bautechnik, ist allerdings auch ein interessanter Baustein hier, der hier so einen Versatz reinbringt. Der muss wohl wirklich hauptsächlich für solche Sachen entwickelt worden sein. Ich habe den, glaube ich, vorher bei anderen Sets von Hobi noch nicht mit dabei gehabt. Ich muss allerdings gestehen, die beiden anderen Stuckers habe ich auch nicht gebaut, aber da sind die auch mit bei, wie man jetzt halt sieht, wenn man sie sich mal genauer anguckt. Ist eine interessante Geschichte. Hier ist dann allerdings im weiteren Bereich mit Hinges gebaut worden, um das dann auch noch hinzukriegen mit der Schräge und dann von unten unterfüttert. Kriegt langsam Stabilität das Ganze. Schön finde ich die Farben, halt diese zwei verschiedenen Grüntöne, die bringen da wirklich eine nette Färbung rein. Sowas hätte ich mir damals eigentlich bei dem Tiger 131 auch gewünscht, weil der ist ja Uni-Sandfarben und das Original im Bobington hat ja auch zwei verschiedene Beigetöne als Wüstentarnung drauf und das wäre schön gewesen, wenn man das mit einem dunklen Beige und hellen Beige auch gemacht hätte. Hätte dem Ganzen wahrscheinlich noch ein erheblich besseres Aussehen gegeben. Ich meine, es ist sowieso ein tolles Modell, aber da wäre noch schöner geworden. Und von daher punktet habe ich es jetzt auf alle Fälle schon mal hier mit der Farbvergabe. Wir sind jetzt hier gerade bei Bauschritt 15 und hier sieht man mal, dass Kobi wirklich ganz hervorragend mit Drucken umgehen kann. Ja, man sieht hier das Grüne, hier das Gelbe und zur Stabilisierung haben die halt hier eine 2x6 oben drauf gebaut, die zur Hälfte an der Seite grün lackiert ist und zur Hälfte gelb gelassen worden ist, so dass es im Endeffekt aussieht, als wäre hier mit grünen Steinen weitergebaut worden. Gleich hier auf der Seite mit einer 1x6. Ja, so haben die schon durchaus hier auch verstärkt mit Drucken angefangen zu arbeiten. Ja, es wäre schön, wenn sie das hier noch ein bisschen weiter durchgezogen hätte und uns das hier erspart geblieben wäre. Naja, aber trotzdem finde ich das hier bemerkenswert und die Farbe haben sie wirklich sehr gut getroffen von dem Lack im Vergleich zu den Steinen. Wirklich top. Ja, hier jetzt bei Bauschritt 20 bauen wir gerade die Nase vom Flugzeug mit der Propelleraufnahme hier und die Formgebung ist wirklich sehr schön. Also die ist definitiv besser geworden als hier bei dem alten war, da war die so ein bisschen abgehackter. Ja, ist allerdings auch wieder Spezialsteinen hier zu verdanken. Das sind hier Slopes, die scheinen neu zu sein. Die habe ich bis jetzt jedenfalls so noch nicht gesehen. Die halt hier nochmal eine feinere Abstufung in das Ganze reinbringen können. Ich vermute mal, dass wir die auch bei den nächsten Schiffen immer mit dabei finden, weil das wirklich eine sehr schöne Abrundung bringen kann hier. Und die gibt es als Links- und als Rechtsausleger und geben dann halt wirklich eine sehr, sehr schöne Formgebung. Finde ich gut. Gefällt mir klasse. Sind halt Sachen, also verschiedene Slopes, um die zu kombinieren und da tolle Formen rauszumachen, mag ich ja allgemein. Das bringt dann halt wirklich so schöne organische Formen in irgendwelche Sachen rein. Finde ich klasse und ist hier sehr gut gelungen. Ja, hier wird es jetzt langsam interessant für mich hier. Baurichtungsumkehr, Bügelperlen, das volle Programm. Ja, Beruf for Life, ich freue mich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Bauen hier macht Spaß, weil es auch wieder ein bisschen außergewöhnlich ist und ein bisschen unkonventionell ist. Gerade wenn man in letzter Zeit hauptsächlich von anderen Herstellern gebaut hat, die halt den traditionellen Baumustern verhaftet ist, dann ist das wieder richtig schön hier, mal hier in diesen modernen Bautechniken zu schwelgen. Ja, schön. So sind wir jetzt hier bei Bauschritt 43, also schon über Halbzeit weg. Haben hier jetzt den Heckbereich an den Passagierbereich dran gebaut und wissen jetzt schon mal, wie lang das Ganze wird. Die Tarnung hier finde ich sehr schön gestaltet. Ist natürlich das Problem, hier kommen die Hoheitsabzeichen hinter drauf, das Balkenkreuz und das als Druck zu realisieren, ist wahrscheinlich nicht ganz einfach. Und das ist ein Problem. Aber zum Beispiel hier auf diesen Slope hier, da wird eine Nummer drauf kommen. Ein alphanumerischer Code, irgendwas S2. Und das hätte man auf alle Fälle mit dem Druck lösen können. Ja, und auch hier in dem Bereich machen wir das Ganze jetzt hier gleich mit einer Fliese zu. Und da kommt dann das Abzeichen drauf von der Einheit, für die das Ganze hier fliegt. Und auch die hätte hier problemlos drauf gedruckt werden können, hier diese Hähne hier. Also das sind so Sachen, ich finde, die hätten für den Preis dann einfach als Druck sein müssen. Das Bauen der Knickflügelchen hier bei Bauschritt 52 und davor und auch danach, das ist wirklich mal wieder Puzzeln. Also hinlegen, überbauen, hinlegen, überbauen. Ist ja nicht so meine Lieblingsbeschäftigung und auch nicht meine Lieblingsvorgehensweise, wenn man irgendwas baut. Aber in diesem Fall leider nicht anders machbar. Was aber schön ist, ist, dass hier Kobi viel mit diesen Inverted-Teils arbeitet, diese ganz flachen. Also so wie dieses hier, die so eine halbe Plate-Höhe haben und dafür sorgen, dass Sachen von unten dann nicht mehr mit der Noppenaufnahme zu sehen sind, sondern schön flach. Finde ich sehr gut. Macht sich hinterher auch schön, wenn man von unten unter das Modell drunter guckt. So, jetzt hier bei den Bauschritten 58, 59 und so, da kann man halt schön sehen, warum wir jetzt hier bei der neuen Bautechnik die Noppen auf den Tragflächen haben. Und zwar werden halt hier das Ganze über so 90 Grad Brackets halt angebracht, dann halt mit Plates auf Entfernung gehalten und dann hier mit diesen runden Steinen das Ganze so abgerundet, dass das halt hinterher hier, wie es bei einem Flugzeug eigentlich sein sollte, ein bisschen strömlinienförmig wird. Und deswegen haben wir dann halt hier oben die Noppen drauf. Finde ich persönlich jetzt nicht wirklich schlimm. Ja, schöner wäre es ohne, gar keine Frage. Ich bin ja eigentlich kein Freund von Noppen. Aber es ist nun mal wirklich hier der Bauart geschuldet und von daher kann ich dann da doch eigentlich mit leben. Notgedrungen, sozusagen. Ja, aber ist ja gut zu wissen, warum es so ist. Man muss ja nicht einfach was als gegeben hinnehmen. Warum es so ist, ist ja doch immer eine wichtige Information. Es wäre halt so gewesen, dass sie hier nochmal wieder neue Teile für hätten entwickeln müssen. Brackets halt ohne Noppen oben drauf, wenn sie das Ganze hier noppenfrei hätten gestalten wollen. Vielleicht machen sie es auch irgendwann. Wer weiß, je nachdem, wie die Fangemeinschaft sich da so zu äußert. Kobi ist da ja sehr flexibel. Hier, diese Plate mit den Aufnahmen für die Hinches, die ist leider verkratzt. Naja, gut, kann passieren. Ist nicht weiter schlimm. So, die Flügel haben wir jetzt dran und die sind erstaunlicherweise wirklich nur mit vier Noppen auf jeder Seite hier fest und dann von unten halt gekontert durch die Winkelteile hier und das war's. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass die mit mehr Noppen befestigt werden, aber es hält. Es ist stabil. Man kann hier rumwackeln, fällt nichts ab. Alles gut. Ja und man hat halt wirklich diese schöne Knickform, die ja die Stucca ausmacht. Ja und dann kommen wir jetzt hier dazu, dass wir hier ihre Hosenbeine, das heißt wirklich so, diese Fahrwerksdinger hier bauen. Die sind einfach hier wilde Formteile, die aufeinander gestückt werden. Eigentlich ziemlich unklemmbausteinmäßig. Ja und hier vorne sind dann diese Nupsis, die rausgucken. Die habe ich auf mehreren Abbildungen auch gesehen. Die haben wohl mit diesem Pfeifgeräusch zu tun, was bei der ursprünglichen Form ja noch mit dem Propeller da auch angedeutet worden ist. Ja und dieses Pfeifgeräusch ist ja das, was die Stucca eigentlich ikonisch gemacht hat. Da wollten sie ja zum einen die Feinde mit Erschrecken, weil die sind ja aus 4000 Meter Höhe, sind die ja in direktem Sturzflug auf ihre Feinde runter mit den Bomben. So was man wenig Chance hatte, die abzuschießen, weil eigentlich waren die nicht wirklich beweglich. Also eigentlich war das mehr so Sitting Dax am Himmel. Ja, also auch mit ihrer Bewaffnung. Die hatten zwar hier ein heckwertiges MG noch und vorne auch MGs dran, aber so richtig dolle war das halt nicht. Die waren relativ leicht abzuknipsen und deswegen halt im Sturzflug und bei Lufthoheit. Da waren die super einzusetzen. Allerdings haben die sich halt wirklich aus höchster Höhe runtergestürzt, senkrecht und das hat so manchen Piloten auch dann aus der Bewusstsein rausgerissen und dieses Pfeifen, das hat halt dann an einer bestimmten Höhe angefangen und war halt auch dafür da, um die Besatzung wieder ins Diesseits zu holen und wieder wach zu kriegen. Ja und wenn man das halt unten gehört hat, dann wusste man, ja gleich wird's haarig. Ist übrigens das Geräusch, was die Entwickler von Star Wars dazu veranlasst hat, den TIE Fightern dieses schräge Geräusch zu geben. Die haben gesagt, das muss genauso angstverbreitend sein, wie damals die Trompeten von Jericho, so hieß das Ding nämlich hier, bei den Stuckas war. So spielt das alles zusammen. So, genug Geschichtsstunde, weiter bauen. So, die eigentliche Stucka haben wir jetzt fertig. Aufkleber müssen noch drauf, das mache ich gleich in Ruhe. Dann mit Alkohol halt vorher ein bisschen die Fettpatscher entfernen, damit der Kleber auch vernünftig hält. Und was jetzt kommt, ist hier der Stand und der ist übrigens auch neu. Ja, die sind jetzt rund um rund, wogegen die Alten so ein bisschen aussahen hier wie ein Kommunikator vom Raumschiff Enterprise. So, da haben wir den Ständer auch fertig und fangen wir mal mit dem Vergleich von den Ständern an. Von der Breite her hat sich eigentlich nicht viel verändert. Das Schild ist ein Stück nach hinten gerutscht und ist ein bisschen schöner geworden mit dem Hoheitsabzeichen. Ansonsten haben wir hier halt diesen Schwalbenschwanz nach hinten, der natürlich eine gewisse noch stärkere Kippsicherheit gewährleistet hat. Dafür ist es vorne jetzt schön abgerundet. Eine Mischung aus beiden fände ich ganz gut. Vielleicht kann man das selbstständig ja auch noch irgendwie umbauen. Ansonsten hat sich da nicht wirklich viel geändert. Kommen wir zu unseren 780 Base selber. Da hat sich zum einen halt klar hier vorne an den Tragflächen die Kante geändert. Hier haben wir einfach eine Steinhöhe, glatt das Ganze und hier das abgerundete, was ich persönlich sehr schön finde. Was allerdings der Aktion hier zum Opfer gefallen ist, ist zum einen halt, dass die Tragfläche jetzt wieder noppen hat und nicht mehr noppenfrei ist und die Bewaffnung hier von den MGs an den Tragflächen, die wir hier noch hatten, ist leider auch weggefallen. Dann kommen wir vorne zur Schnauze. Die finde ich hier bei dem hier wirklich sehr gelungen. Die sieht sehr gut aus. Ist ein bisschen organischer, ein bisschen abgerundeter. Die war hier auch schon gut gemacht, finde ich hier aber noch mal schöner und vorne das mit dem Gelb finde ich auch sehr gut. Dann haben wir hier bei der alten Aufkleber gehabt. Das ist jetzt hier über Drucke gelöst. Definitiver Schritt nach vorne. Dafür ist die Tarnung an sich der Tragflächen finde ich nicht mehr ganz so schön. Also die war vorher hier mit mehr bedruckten Teilen auch gemacht, um da halt so ein bisschen mehr gebrochene Optik reinzukriegen. Das ist leider eingespart worden. Zum Beispiel in dem Bereich hier. Schade. Die Flügel, die Klappen hier, die sind ein Stück zur Seite noch nach dem inneren Bereich hin versetzt worden. Die waren vorher ein bisschen weiter außen. Da kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie es beim Original war. Kann man hier auf dem Bild leider auch nicht so richtig erkennen. Wer sich da besser darüber auskennt oder mit auskennt, der möge da doch bitte was zu sagen. Oben die Cockpit-Kanzeln sind gleich geblieben. Der Abgas-Bereich hier, ja der ist jetzt halt hellgrau, der war vorher schwarz. Ich glaube da brauchen wir jetzt nicht irgendwie groß drüber rumreden. Dann ist halt der Bereich hier ein bisschen überarbeitet worden. Und hinten, da sind hier beide bedruckt gewesen. Da ist jetzt nur noch einer bedruckt. Auch da haben sie wieder ein bisschen eingespart. Dafür ist hier der Bereich jetzt gedruckt. Kann man von halten, was man mag. Ja ansonsten ist es sehr schön unten drunter gelöst. Es ist jetzt viel verkleidet. Da haben wir Aufkleber. Ja bei ihr hier war unten drunter nichts verkleidet und keine Hoheitsabzeichen. An den Hosen hat sich eigentlich nichts geändert. Wohl aber an der Bombenbewaffnung. Und zwar gab es bei der Stuka zwei verschiedene Arten, wie die bestückt wurde. Oder zwei Standardarten. Einmal, dass eine große Bombe hier in dem Bereich drunter saß und kleine an den Seiten. Oder halt, dass man hier eine richtig dicke drunter hatte. Das war so eine 500er. Hier steht 750 Kilo Bombe drunter. Dafür halt nichts weiteres. Und hier waren das dann 250er mit 50er Bomben. Noch mal links und rechts zwei jeweils. Ist ein bisschen Geschmackssache. Ich mag es. Sieht schon ein bisschen martialischer aus, wenn man hier die größere Bewaffnung drauf hat. Aber dafür wäre dann hier der Bereich wieder unterbrochen gewesen. Ja, da muss man halt wissen, was mag man lieber. Mag man hier die glatte Optik? Mag man lieber ein paar Bomben drunter hängen haben? Muss sich hier da selber für entscheiden. Was allerdings hier bei der dann ganz schön gewesen wäre, wenn sie eine größere Bombe drunter gesetzt hätten. Vielleicht auch eine gebaute. Das ist ja so ein Formteil, was ineinander gesteckt wird. Ja, sind die hier alle. Vielleicht hätte man da eine größere und dann das ganze bauen können. Wobei ich jetzt da nicht ganz genau weiß, wie die im größten Verhältnis zum Flugzeug wirklich waren. So eine 500er. Kann ich auch nicht beurteilen. Da bin ich nicht weit genug in der Materie dann drin. Dann haben wir hier halt, ich denke mal eine Luftansaug-Hutze oder sowas. Die ist hier nicht. Sie ist optisch schon schöner geworden. Finde ich. Aber das ist ja Geschmackssache. Das muss jeder für sich entscheiden. Sie hat ein paar Sachen eingebüßt, die ich schade finde, die ich vermisse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Preissteigerung empfinde ich als frech. Acht Euro mehr? Das ist eine Ansage. Das sind fast 30 Prozent, wenn ich mich nicht total verrechnet habe, die wir hier in Aufschlag haben. Und das ist eine Ansage. Also das verdient die Überarbeitung eigentlich nicht. Weil es sind kleinteilige Sachen. Es sind etliche Drucke dafür eingespart worden in der Tarnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Preispolitik bei dem hier finde ich nicht gut. Hier bei der Curtis Warhawk, da kann ich das verstehen, weil da wirklich jetzt alles Drucke sind, was vorher Aufkleber waren. Das ist völlig okay, dass wir dann dafür wirklich einen höheren Preis aufrufen. Aber hier, wo wir uns immer noch mit dem wirklich schlechten Aufklebern von Kubi rumärgern müssen, nein. Kann ich nicht verstehen, kann ich nicht gut heißen. Schreibt mir eure Gedanken mal zu der ganzen Geschichte unten in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr das Ganze seht. Sagt ihr, nö, ist völlig okay. Eine Preissteigerung ist halt immer da. Oder sagt ihr, nee, also für das, was jetzt hier an Mehrwert geboten wird, falls er denn da erkennbar ist, ist es eine Frechheit. Eure Gedanken, eure Kommentare zu der neuen Politik hier. Würde mich freuen, würde mich interessieren, unten in die Kommentare. Ansonsten bleibt mir nur, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Bis bald. Viel Spaß bei euren eigenen Bauprojekten und Bauideen. Wir sehen uns beim nächsten Video oder halt hier bei mir im Laden. Ich wünsche euch was. Tschüss. Wie hier die Focowulf. Ja, für 26,99 Euro. Oder halt hier auch die... Na toll. Dass das Grün schön durchgeht. Aber zu stabilisieren... Ist stabilisier... Stabilisier... ... ...